Der linken Bestenliste kommt schon bei Präsident Daniel Mischner und der Geschäftsführer Volker mit unserem Ehrengast heute. 130 Tore und 5 Tage Platz in der linken Bestenliste. Davon 19 Führungstore, 17 Siegtore. Neue Spielzeiten für die Samenburg als Nummer 18 oder als Nummer 81 in der Saison 2009-2010. Bester Spieler gewählt von euch der ganzen Saison. Jöge 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 Zubi! 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 Zubi hat gesagt, keine Frage, ich habe versprochen, dass ich in keinen Stelle mich gebe, das Mikrofon mal an Daniel weiter. Das ist super. Zubi, wir kennen uns seit fast 10 Jahren. Du hast ja auch seine Reise schon wiederabsolviert und hat das gerade gesagt. Ich meine es zu ganz Herzen, genau wie es da kommt auch bei, wir danken dir recht herzlich für die Zeit, für die Kraft, für die Verletzung, für alles, was du für die Kluft bei Orford hast. Ich wünsche deiner jungen Familie alles Gute, im Job, im Sport hat mich nicht ganz. Und ich denke, dass unsere Wege sich auch weiterhin an alle voll zu werden. Wir müssen mich herzlich kümmern, wir haben gesehen, wir haben alle von Ihnen im Spiel. Und ja, ich heiße ganz Herzen für Sie, dass es gut ist. Gibt es kurz das Foto? Gibt es kurz das Foto? Danke, Schuhe! Schuhe! 21 Jahre alt waren für die zwei ersten Spiele, richtig? Schuhe, meine Frage trotzdem. Natürlich. Große Sascha und Schampus. Wann geht sie auf? Ja, ich schau wieder auf. Mach schon wieder auf. Da halt sie auch drüber, oder? Ja, das stimmt. Heute! Danke, Matthias Schühe, 1881. Flügelbitt! Und eins hat er auch noch, dass es ein ganz furchtes war, oder quasi aus dem Kugelschein und aus dem Volk aufs Eis bin. Erkrieg und Schiebert, spielte nach Aktiv in dieser Runde am Abendhof und ist heute Fahrträger worden. Flügelbitt! Okay. Offizieller Teil ist los. Viel Spaß für unsere Zoll! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Sachverhaltskonflikt Sollte! 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 Kommandantin, das war jetzt der Sitzel. Das war's für heute. Ja! Applaus 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 WDR mediagroup GmbH 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 Hier töten wir, hier töten wir! Hier sind ja noch eine lesee Kau! Alles Gute! Sie können hier sehen uns, ein paar Minuten im Gespräch! Hallo! Gott, was ist ein besonderes Mal? Klar! Martin Möller gegen das Team aus Corona in der 30. Minute, die 62. Minute, die 2. Minute wegen der liebenden Hinderung. Friedensstück in der 30. Minute, die 30. Minute, die 4. Minute, die 0.01. Minute. In den Jahrzehnten 80, mich nicht mehr! Hütter! Hütter! Neuer Schwierstatt! Halle! Ja! 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 J정을! Ja! 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 Musik Das war's. Wir sind in 2015, 2016. Danke fürs Köpfen, liebe Fans aus Pornar und wir kommen noch gut nach Hause und wir sehen uns dann bei euch und auch noch mal hier dann. Letzter Spieler auf Seite EC-HRZF-BSD21, Tobias Schwab. Auf Seiten Saarbrotts darf ich sagen, dass die Erscheinung nicht wirklich reicht, weil das war sehr, sehr schwierig heute. Bester Spieler auf Seiten Saarbrotts ist die 30, Sebastian. So, jetzt geht's Schöpfenster Heaps. Applaus 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 Applaus